Die Brac du Puy oder Brac Leveria war eine von der FCI anerkannte französische Hunderasse, die heute noch von der SCC anerkannt wird. Sie gehörte zu den Bracken. Geschichte Die Brac du Puy wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts von einem Jäger aus dem Poitou namens Pierre du Puy entwickelt. Zu ihren Vorfahren gibt es verschiedene Theorien. Unter anderem soll sie auf eine Kreuzung zwischen einer Brac Francae und einem Windhund zurückgehen. Demzufolge wäre die Rasse ursprünglich als Löcher zu betrachten gewesen. Der letzte publizierte Rassestandard der Brac du Puy datiert von 1963. Die FCI betrachtet die Rasse als inzwischen ausgestorben und hat sie aus Ehrenlisten gestrichen. Beschreibung Die Brac du Puy war ein großer eher leicht aber dennoch kräftig gebauter Hund von eleganter Erscheinung. Rüden waren im Allgemeinen stärker gewinkelt als Hündinnen, besonders in der Hinterhand. Der Kopf war erlang ohne Hautfalten, mit anliegenden Läfzen, ohne Stopp. Die Augen waren gelb oder braun, die Ohren sehr fein und glatt. Auf Augenhöhe angesetzt, erlang als kurz und leicht nach hinten gefaltet. Das Fell war glatt und ziemlich kurz, besonders am Kopf und an den Ohren. Die Farbe war weiß mit braunen Flecken, bevorzugt mit braunem Sattel, wobei Schnauze und Augenbrauen immer weiß zu sein hatten.